Ja, alles aus Thun, aus Erde, sowas, ne? Ja, zum Sparen, Geld, Beute, sowas, ne? Zum Sparen, ja? Zum Sparen, ja? Coca? Zum Kochen, ja? Ja, zum Kochen. Aus was hast du Kokos gemacht? Kokos, Kokospalmen, ja, also Kokosöl, ja, Bratöl, ja. Kokosöl, ja. Aber wir nehmen meistens Olivenöl. Oder Soja, nee, Sonnenblumen? Sonnenblumen nehme ich nicht gerne, ist nicht so gesund. Olivenöl ist gesund, aber... Auch zum Braten, ja? Öl liefst du auch? Es gibt verschiedene Öl. Es gibt, wir kaufen nur Italien das Öl und da gibt es welches auch zum Braten, ja. Du musst aufpassen, welches du nimmst wegen der Hitze, weil sonst ist es gebserregend. Ach so. Wir kaufen mal einmal im Jahr, äh, nee, wir schlafen mal aus Italien, schicken zweimal im Jahr Öl. Oder manchmal dreimal. Wir haben nur noch Öl aus Italien. Okay, wir gehen weiter. Ja, die verschiedenen Krieger, ja. Aus Reis, ja. Aus Reis? Ja. Beim Braten werden die größer, ja. Als in normalen Krieger. Ja. Wie? Wie? Vielen Dank. Zum Kokos, zum Raspeln. Ja, aus Holz und Eisen vielleicht. Das gibt es alles. Ja, aus Holz und Eisen. Ja, aus Holz und Eisen. Ja, das geht jetzt mal zu fragen. Vielleicht kannst du eine nehmen, Kakao. Ja, das geht jetzt mal zu sagen. 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 Das ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das riecht schon gut. Da kannst du essen. Das stinkt doch nicht. Nein, das ist ja nicht die Frucht, was ich dir gezeigt habe. Was ist das? Das ist Jackfruit auf Englisch. Das nennen wir dann einfach Jackfruit. Das schmeckt aus der großen Frucht. Jackfruit auf Englisch. Durian. Das schmeckt aus. Ja, die Jackfruite. Weißt du, wofür man das braucht, was du jetzt hast, was du jetzt hast? Nein, das ist um Reis auszusortieren. Also in Deutschland, wenn du Reis kaufst, kannst du es gleich kochen. Ach so, bei uns, wenn man hier in einem normalen Markt was kauft, dann muss man es schon ein bisschen aussortieren. Ja, das ist ja, das ist ja. Ja, das ist ja, das ist ja. 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 Ja, das ist ja.